Lichtwege in Lich. Zum neunten Mal findet in diesem Jahr die Ausstellung Lichtwege in der Kreisvolkshochschule statt. Rund 220 Bilder und 50 Skulpturen von 20 weißrussischen Künstlern werden in diesem Jahr ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Durch ein breites Spektrum an Kunststilen werden Interessenten aller Altersklassen angesprochen. Der Erlös der Kunstwerke wird für soziale Projekte in Weißrussland gespendet, wie zum Beispiel für die Fortbildung von dort tätigen Ärzten in der Licher Asklepius-Klinik. Die Ausstellung, die noch bis zum 15. Dezember geöffnet ist, hat bisher 40.000 Euro an Spenden eingebracht. Wir sind 92 Gastgeber gewesen für Kinder aus dem Süden von Weißrussland und waren im Oktober dann das erste Mal. Dort haben die Eltern besucht, haben bei der Gelegenheit gemerkt, dass dieses Land nicht nur ein Land ist, wo sehr viel Mangel ist, aber dass diese Menschen dort dermaßen kreativ sind, dass es gut ist, unseren Menschen hier in Mittelhessen auch mal zu zeigen, was denn diese Menschen drauf haben. Und das ist zu einer Symbiose dann geworden, die wir so anfangs nie gedacht hätten, dass inzwischen schon 1500 große Gemälde nach Mittelhessen gekommen sind. Das ist eine reiche Kunst, vor allem eine reiche Malkunst, die aus Weißrussland uns hier dargeboten wird. Und das ist einmalig, vor allen Dingen, dass es so viele Jahre geht, zeigt doch, dass die Verbindung zwischen beiden Ländern und besonders zwischen dich und den Künstlern doch hervorragend ist. Musik